Ich denke, wir sind in unserer Arena nur schwer zu schlagen. Ich weiß nicht, ob das auch gegen Dortmund so sein wird, aber wir werden in jedem Fall voll auf Sieg spielen und an unsere Chance glauben. Gegen Mannschaften wie Real Madrid zum Beispiel muss man immer aufpassen, wenn man den Ball verliert, denn sie sind äußerst gut im Umschalten. Und auch Dortmund ist auf diesem Gebiet richtig stark. Wenn sie den Ball erobert haben, geht es richtig schnell nach vorne. Die Spieler wechseln viel und oft ihre Positionen. Das ist einfach sehr dynamisch. Da müssen wir auf der Hut sein und viel kommunizieren. Ich denke, was uns vor allem Selbstvertrauen gegeben hat, war unser Auftritt in Dortmund. Es war zwar leider nicht das Ergebnis, das wir uns erhofft hatten, aber wir haben gemerkt, dass da was möglich war. Das ist die wichtigste Botschaft für morgen. Dortmund hat ein fantastisches Team. Wenn du in dieser Gruppe Tabellenführer bist, dann spricht das für sich.